herzlich willkommen zu einer neuen vorerst folge und mit concord natürlich hallo ich habe gottes wenn es bin ich offen das ist nicht schade das haben wir ich habe noch zwei fleisch ich schaue noch zwei hier ist kein wasser mehr davon habe ich doch gerade eben gerät erst zu mir denn nicht oft mal nicht oft nicht nur was werde ich fertig oder sie haben als steine findet man echt viel das nervige ist nur dass man ganz so ich kümmere mich mal um die ja mal was neues um die baumstämme fehlen uns eigentlich nur noch schädel auf die lampen denkt dann ab und zu mal die steine dann da ja und sticks kommen jetzt wieder ganz viele da können wir mal die ganze das ganze gefisch vor unserer ja da habe ich eh schon sehr viel weggehauen eher im wunde deswegen noch nicht nachgewachsen ist jetzt wo man es braucht wächst sich nach naja gut hier ist noch so viel ja ja jetzt kriegt man das ganze zeug nichts mehr weg kann man die orangen dinge essen ne ne kann ich wieder einsammeln oder ja die kann ich halt weg da sind das für bären hecken kirche herne das hört sich giftig aber einsammeln tue ich einmal das geht natürlich vielleicht mal die pfeile vergiften also schauen ob das funktioniert ach für die fallen braucht man zwei seile und auch gottes willen viele sticks und so sagen ja das ist ein großes so mein frend habe ich noch eine dynamitstange eine dynamitstange noch das ist jemand in die falle reingelaufen eine einer ist zu mir den habe ich erwischt ja das sind nochmals vier die die spring so komisch über die fallen ich bringe mal zu dir auch kommt das war doch ein headshot das kürz ausdauer tanken ja kaum nur ausdauer tanken hat wie war das ein arm fehlt uns dann habe ich dir mal das war ein kopf mit dem abend dann hier den kopf noch weg aber köpfe brauchen wir mehr oder was steht dort ein schädel wieso kann ich denn nicht köpfen ist nicht weg rollen kann man nur ein schädel nehmen muss kannst du dir mal nehmen der weg rollt hier was er wusste man kann nur einen nehmen ja und einen armen oder wie viel arme arme ein abend habe ich schon okay wo sind das so und dann brauchen wir noch den kopf da hinten bei dem anderen hallo hey den kopf nicht den armen aua hallo hey da ist ein hase in unserer falle geil ich bringe den hasen gleich zurück oh jetzt haben wir ja schon fünf phasen es geht richtig voran hier krass wir können sogar schon was ist los wir können sogar schon effigies um zu bauen ohne wir haben beide volle rüstung wir kriegen knochen und so das ist richtig nice ja auch merchant jetzt Takes kicking so knochen 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 irgendwie habe ich angst dass ich selber gemeinsam eine volle rein laufen Und dann versuche ich wegzuhauen, laufen und gefühlt in fünf Fallen reinlaufen. Ja gut, das kann durchaus passieren. Das kann durchaus passieren. Ich mag das Feuer irgendwie ausmachen. So, nicht dass da einer noch rein rennt. Dann nehme ich das Wägelchen hier mal mit. So ein heilabgeschnittener Baum ist dort. Ist nicht schlecht. Dann noch nicht mal fertig umgekommen. Oh Mann. Ich muss aufpassen, dass man da pflicht drauf fliegt. Ja. Okay. Nein, ist es leer. Was sagst du? Das ist so laut hier. Brauchschutz eigentlich, ne? Sehr schlecht ab und sichert. Im zweiten Wagen haben wir nicht da, oder? Ne. Ja, wir sollten erstmal die Baumstamm fallen da. Stimmt's. Na, das ist ein fisch. ja dann müssen wir mal auf steine suchen bestimmt das kann man stimmt ja es geht es geht sogar mit baumstämmen der 40 stück bloß also gegensatz zu unseren anderen projekten ist es pina lei so und es ist alle baumstimme hier nein 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 was für pisser ey jetzt brauche ich mal ordentlich Rüstung ich bin mir in den Rücken gefallen nicht weg ach ja den eine in der falle den habe ich noch gar nicht geholt so noch aktivieren ja vier ist so habe ich verloren das ist jetzt schon erinnert mich schon so und wenn man wieder draußen lagerfeuer machen ja ich mache ja gleich ich tue erstmal den kopf da rein den schädel brauchst eigentlich sowieso nie die köpfe können wir uns wirklich für die effektiv irgendwie gibt es immer wieder weil für die gibt es ja keine für die schädel braucht man ja ich hasse finde es nur nervig dass es die arme zuerst abhackt das ist ärgerlich ich mache schnell hier ein feuer jawoll die köpfe oder hast du deinen kopf ne da ist leider hallo man zieht voll auf den kopf ne und dann geht doch ein arm ab was soll das die falle aber nicht du hast die falle nicht ist fertig cool er wüsste soll er hier da da verdammt da ist danke dir ich konnte sich anzünden weil du die dinge darauf geschmissen hast jetzt neuer versuch jetzt andere ist schon vor allem verwesen wenn wir da jetzt die arme und so auch aufhauen geht es genauso oder oder wie meine ja weil ich habe jetzt zwei arme hier da schau her die drehst du ja dann zum essen auch wenn ich die einfach nur g rein schmeiß nicht so c zum drauflegen sondern nur g rein schmeiß frisch roher arm frisch ich glaube mein bein möchte mit dran nicht der vogel leute das überlebt ich muss hier im ersten rüstung machen weil er mir was gekostet hat hallo warum habe ich wieder zwei arme man ausrüsten ich mag die arme da nicht drin haben und wieso kann man nur ein einzig ein knochen in dieses gefäß legen kann ich das auch ich drücke da voll die kacke rum brennen ich bräuchte noch ein knochen hast du ein knochen für mich noch viele knochen für dich also den da reintreffen das ist schwer hier das funktioniert und gucke auch in der trunde so ich glaube da tue ich mir eine mutantenrüstung draufhauen dann bin ich fast zufrieden so dann brauchen wir den wagen hier wir noch gucken wegen baumstämme über 28 das netz noch viel bäume das ist die sieht piste dä 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 so lieber mal kaputt machen das lag ja vorher bevor jemand reinrennen und sich noch wehtun oh nö ich brauch noch mal nen stick ich muss dich verleicht doch da hat doch gerade irgendwer geknurrt ohr war das vielleicht dein wagen ne ach die volle ist auch ausgelöst Ach, da ist einer. Ah, da sind wir drei. Ich stehe direkt vor mir. Also mittlerweile muss man echt aufpassen, dass man jetzt halt über die Fallen rein. Heftig. Nein! Ja, bei mir sind es auch schon wieder unterwegs. Ja, das sind viele. Ich laufe mal in Richtung Fallen. Vielleicht, wenn man da... Wussten... Jawohl, einer ist in der Falle rein. Denklich erstmal. Muss das sein? Ja! Da greift eine an, obwohl er an der Falle hängt. Ja lol, wie hat das... Das ist voll blöd jetzt. Das ist wirklich verarschen. Komm her. Komm her. Jawoll! Zwei auf einen Streich, Bitch. Sehr schön. Alles mit den Fallen ist voll geil. Oh. Hier eine Leiche, da eine Leiche. Ach, da. Drei Leichen jetzt durch... fallen? Ne, den einen habe ich so gekillt. Ach so. Oh, ich höre den doch hinter mir. Hallo. Ist es nicht dein Essen? Verpiss dich. Was ist das? Du gehörst vielleicht dazu, das sage ich dir. Du hast nur Glück, dass ich gerade keine Ausdauer habe, ey. Wussern? Stirb halt! Danke dir. Komm jetzt. Ich mag dich aufheben. Hast du schon Lagerfeuer gemacht? Ah, wurde rechts. Ich sehe es schon da hinten brennen. Da brauchen wir noch gar keine Gerte Gedanken machen. Tolle Eis fehlt mir ein Knochen. Ich glaube, wir kriegen hier genug Knochen. Ja. Aber hier müssen wir mal ein bisschen reparieren, weil ich glaube, die haben da ordentlich gedamaged. Jawoll! Wieder einer in die Falle. Jawoll! Hallo, muss das sein? Wir sollten den mal an die Falle... was ich habe komplett eine komplette rüstung ist verloren er weil dann ist der falle war und ich wollte ihn killen und von der falle kann er immer noch irgendwie zu schlagen naja von der falle aus kann er noch zuschlagen und jetzt hat er mich getroffen und ich bin fast gestorben ich muss hier das gerade richtig blöd weil ich echt keine ausnahme gar nichts mehr das ist gerade ein blödes zeitpunkt zu kämpfen kommt es mal zu unseren fallen kommt es nur her wo sind sie denn da kommst du wieder nicht mit oder was einer ist reingelaufen ja gerade ist diese die haben echt einen guten kampf hat immer die kämpfe hat richtig ja die immer wenn ich zuschlag weg rennen und oder mich dann umlaufen oder sowas und weil ich keine ausnahme erhaftet war noch so ein problem sterben gerade einfach nicht das ist jetzt ist er tot jetzt stirb halt endlich meine fresse meine güte ja geh ins loch du misst ich fasse es einfach nicht wie viele knochen wir haben jetzt die ganzen anderen knochen die wir vor drinnen an waren sind jetzt alle die spawnt oder ich habe die alle aufgenommen ja ich hab wie nervig aber das irgendwie wenn die an der falle hängen dann werden die nicht so zu glück gesagt nicht zurückgeschlagen oder sowas die können einfach ganz zuschlagen krass dass ich sogar leben verloren habe obwohl ich noch voll viel rüstung habe das ist faszinierend ja ich habe echt über die hälfte meines lebens verloren obwohl ich noch fast noch voller rüstung habe ganz komisch wo dann noch schnell schlafen eigentlich jetzt hat sie mir auch mal ein zwei knochen noch da lassen so hätte auch du bist ja mal kurz ja weil da meine ausdauer die ist ja ja wenn wir es auch ganz unten essen und trinken alles ganz unten so weichern und schlafen weil ich möchte hier ein schlücklein trinken einen moment ja das ist eine sehr gute idee sollen jetzt erst mal was futtern hierbei habe ich eben vogel und mein habe ich nicht ein vogel eher auch nicht ja ich glaube ich esse jetzt auch was getrocknet das war ich hatte euch ein bisschen angst ist da irgendwie wasser nein kein wasser jetzt bräuchte ich mal wieder was zu trinken und das gar nicht sonst was immer voll ja gut jetzt holen wir uns halt in so oder so da haben wir auch so viel also ich habe einen topf mit wasser ich habe einen wasserschlauch stimmt ja ich auch das kann man dann alles wieder auffüllen bei diesem stück ah warte mal ich habe ja wieder ein paar stixis und ein paar schädelchen bum 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 oh ja die lampen werden auch langsam oh ja ich glaube in der nacht wird das ganz gut schon mir gefallen was ich sehen tun so wollen wir jetzt schon mal den alten garten ab kannst du gerne machen ich hole mal schnell die baumstämme die ich da zusammen gelesen habe die stein mal auch schon weg haben ja kommen was lagen da noch irgendwo baumstämme nopey dopey dann haben wir doch mal wieder die muttersecke raus ja tut die stein mal und halt nicht so weg probier ich das kann mal mit dem hier so 1 2 3 4 ja mit der keule geht es doch um einiges einfacher und 5 ich würde gerne die ganzen steine von dem einen noch oh ja das wäre hammer na ach da sind auch 5 schauen wir ob ich die alle drauf kriege ich glaube aber fast nicht wohl oh perfekt so stirbt mauer hast du deine schädel auch schon brav an die lampen verfüttert habe ich schon gemacht ja habe ich natürlich schon gemacht sind immer noch sieben 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 hier hier in die Dann holen wir schnell den nächsten. Wagen. Die nächste Fuhre. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Angriffe haben wieder nachgelassen. Ja, das stimmt. Also früher war das, also... Also was heißt früher? Vier, vier, fünf Folgen war es? Ja, vier, fünf, ich glaube das ist schon länger her jetzt, aber ich meine so in der Mitte von dieser Staffel, ich glaube so Folge 30 oder so, da war es richtig heftig. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob mir das nur so vorkam, ob die jetzt genauso sind, nur dass wir das besser unter Kontrolle haben, weil die oft durch Fallen sterben und und und. Und? Oder... Ich kann... Ich weiß es nicht. Das stimmt, das stimmt. Aber unten am See im Boot, da müsste ja nochmal ein Seil sein. Ja, die Seile, die werden jetzt so das kleine Problem sein, ne? Oh, wobei, sieben Seile. Vier Baumstämme. In den Höhlen findet man ja ab und zu mal Seile, wo wir dann nie mitnehmen konnten, wenn man welche da hat. Und solange da immer, wie immer wieder ein Seil und ein Spawnstar im Boot. Ja, ich glaube das kann man, das macht man zur Nacht Zeit. Das mit dem... Ich weiß nicht, das äh... Musst du die Pfeile beim Seil aufstocken oder war das ein Stick? Ein Stick? Schon, ne? Ja, Gott sei Dank, als das ist. Das andere wäre es heftig. Das war's. Ucht da? Wie viel Steine passen denn eigentlich in so einen Wagen rein? Weißt du das? Ich hab keinen. Ach, das hab ich glaub ich irgendwann mal gemacht. Hab ich... Okay, dass ich mich da auf den Stuhl drauf focken und Ausdauer zurückkriegen ist eigentlich ganz geil. Ach so. Ja, da können wir auch was überlegen, hin und wieder mal überall Stühle so. Bisschen mehr Stühle zu verbreiten. Aber wenn es so weiter geht, bräuchte ich vielleicht doch irgendwann mal wieder Stoff, also... Ja, Stoff, da müssen wir... Also mittlerweile hab ich echt viel Rüstung gebaut. Also... Ja, Stoff, ey. Es wird auch wieder der Zeitpunkt kommen, wo wir noch mal in irgendeine Höhle oder sonst irgendwas rein müssen, um... Nee, aber aktuell geht's noch, aber... Beziehungsweise Stoff, dat ich vielleicht sogar wieder am Lager uns organisieren, an diesen eingeborenen Lager. Aber... Oder wir haben extra die eine Höhle da auch... Oder an der Höhle halt, ja. Ach so, da hast du ja schon... Rauf. Ach so, das sind maximal schon alle. Ja, das... Das Ding ist voll. Ach so... Ach so... Ach so... Ach so... Das ist cool. Ja, wenigstens hast du da keine Probleme. Ah, das stimmt. Das wollte ich eigentlich... Ach so, da ist schon alles drin. Ja, paar Steine passen da schon noch drauf. Ich würde 20 Ding oder so. Ich würde 20. Haben wir noch irgendwo Steine für die Fallen? Hast du, brauchst du Steine noch? Nee, 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 ich brauch keinen... Ach so, nee, aber für die Mauer halt. Das war halt nicht. Jetzt brauche ich noch ein paar Sticks. Ja, dann sammle ich jetzt mal ein paar Sticks noch. Ich mach die Mauer jetzt mal Richtung Fallen fertig. Soll die da wirklich alle fertig sind. Boah, da haben wir ja eine Seite, die richtig sicher ist, ne? Holy Shit, ja. Ich... Mich das aber mal interessieren, wie die Fallen auf äh... Mutanten reagieren. Ob die Fallen dann einfach nur kaputt gehen, oder? Ich glaub, das haben wir ja schon mal in der ersten Staffel. Ich glaub, hier liegt noch ein Baumstamm. Wohl, wenn es ein Baumstamm... Das ist ein Baumstamm? Das ist eine Baumstamm volle. Ja, die könnte doch hoffentlich... Schon wenigstens gut Schaden machen wir halt wenigstens. Also wenn die dann die Falle kaputt geht, das wäre natürlich der Oberwitz. Boah, das wäre ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. Ich finde die dann einfach durchstampfen. Drei Baumstimme brauchen wir noch. Ja, ach so für die... Warte. Die braucht noch einen Baumstamm. Die brauchen eigentlich nur Sticksies. Ja, ich möchte die... Könnten sind zwei Mutanten. Oh, ich hab's krass gesagt. Zwei Stück. Sixes. Boah. Ich hör sie. Ach so. Ja, und das sind auch klein Viecher noch dazwischen. Hoppala. Das ist nicht gut, der... So, einer ist schon tot. Hey, wie ist schon tot? Hast du die angegriffen oder was? Nee, also kein Mutanten, sondern... Reingeboren. Ja. Hä? Du bist lustig. Schau, ich renne noch mal rein. Ich mach mal wissen, was passiert. Es ist einfach so. Oh. Oh. Ach so, ja. Ach so, ja. Gute Idee eigentlich. Holy Shit, Dinger. Fuckinger. Huku. Also kaputt gehen tun sie anscheinend nicht. Nein! Geh weg von unserer Bauer. Boah. Das Problem ist jetzt, dass der Kleine durchgelaufen ist und ausgelöst hat und da... ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Ja, also wenn es jetzt so... Ja, also wenn es jetzt so... bleibt, wäre es dann gar heftig dann. Ah, jetzt hab ich keine Sticks um die... ...zu füllen. Kommt, Papa. So, dann tue ich mal die ganzen Fallen reparieren. Oh, der rennt mir aber ganz schön hinterher. Soll ich wieder zu den Fallen rennen, die ein bisschen zu den Fallen locken? Äh, im Moment. Ich muss teilweise aufbauen noch. Weil ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab gerade... Wohl. Es waren nur... ...zwei Fallen waren ausgelöst. Wenn sie den ganzen. Mutanten müssen da irgendwie nicht so reingelaufen. Gehst du da weg von der Mauer? Gehst du da weg? Gehst du von der Mauer weg, du kleiner Pisser. Was hast du davon herzuholen? Ja, der darf eigentlich nicht mehr viel aushalten. Ich hab den Zoo bombardiert mit... ...also, dass du die... ...Sperre immer daneben schmeißt. Die prallen ab. Also, ich hab ja von einem geworfen. Aber die machen trotzdem Schaden. Ich hab grad einen gekillt mit dem Speer. Okay, fast. Ja, natürlich. So. Sie bleiben nicht. Leute, es hat dich schwer. Also nicht. Ohohoho. Faktinnen hab ich ja mal... ...der Maßnahme nehmen geworfen. Ja, der ist weg. Jawoll, wieder mit dem Speer gekillt, Alter. Geil. Äh, nicht im Feuer. Oh, Alter. Bei mir hat er noch gebrannt. Ja, wo liegt denn eigentlich der andere? Die müssen noch holten. Hinten haben wir noch an einer Mauer irgendwo. Alter. Ist cool, ich pflanze mir die auch gleich. Ausrüsten? Ausrüsten? Ja, mir fehlen genau zwei, das ist perfekt. Alter. Holy shit. Ach, da ist mein Speer. Oh, ich freu mich schon, wenn es dann mal komplett Mutant ist. Dann braucht man nicht mehr so viel Stoff eigentlich. Ah, die zwei Mutanten, ich fand die jetzt gar nicht mehr so schlecht, weil jetzt haben wir wieder gute, bessere Rüstung. Hat gepasst. Ja. Wow, okay. Wir schaffen es sogar jetzt schon mit zwei Mutanten. Ganz easy. Ja. Ich weiß, jetzt hätte ich jetzt vielleicht mal so eine volle. Na ja, schluss drauf. So, ich hole jetzt mal ein Seil noch. Dann brauchen wir noch etwas. Also ganz blicky eine... Was? Ich weiß, wie ich die nennen soll. Die Dornenwandfalle bei den Wagen ist fertig, ne? Ja, nur das. Okay. Ich glaube, es... Ja, weil das macht ganz ein Hemmer und sowas. Nicht sofort. Ich glaube, ich muss auch mal wieder hinsetzen hier. Vogel, Vogel, Vogel. Einmal die Falle wieder erneuern. Super. Wir müssen hier nicht reingehen eigentlich. Ja. Da drüben. Vier Lampen fehlen noch. Das ist gerade beleuchtet. Und wir sind schon wieder... Oh Mann. Überlänge. Überlänge. Oh, Scheiße. Durchs Kämpfen. Wieder mal wieder voll verpennt. Oh, das ist gleich besser, als wenn dieser blöde Garten weg ist. Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Jetzt bin ich vorbeigelaufen, aber habe es nicht gesehen. Na? So. Ausdauer ist wieder da. Wow. Wieder da. Ja. Okay, krass. Sieht voll anders aus. Ja. Aber sag mal, von der Größe her, von der Fläche her, könnte da eigentlich schon ein gutes Haus Ja. Aber ich glaube, das wird hier schwer, weil das wird schon arg schwer, weißt du. Schräg ist ja. Ultra schräg, ja. Das könnte ein Problem werden. Ja. Ne, wohl. Schau doch die Lagerhäuser an. Das geht eigentlich schon. Das ist halt so teilweise mit Stützen dann halt irgendwie. Ja, ja. Das weiß ich. Das dachte ich. Das wäre ja schon mit Fundament halt. Aber das ist schon arg schräg dort. Ah, das kriegen wir schon hin. Wir kriegen alles hin. Wir sind gut. Wir sind Profis. Ja, 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 ja. Natürlich. Aber ja, genau. Warte. Die Folge beenden. Mhm. 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 Das ist voll komisch jetzt da alles frei. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Das war einfach mal kurz gespeichert. Und dann vielen Dank fürs zu googeln. Und dann sieht man sich hoffentlich natürlich wieder bei der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.